moin moin ihr lieben ich bin von unseren posten da hinten also von unserer eiseninsel da silberinsel so jetzt habe ich es bin ich mal eben zurückgefahren weil ich wollte die zwei eisen holen und mich mal hier ein bisschen wieder fit machen weil so hätte ich da jetzt nicht rumrennen können ich habe unsere blaubeere hier gepflanzt dann habe ich die beiden bücher die ich ja gefunden habe habe ich ja gelesen einmal das buch des segelns und einmal buch der 400 rezepte so ihr wird es nicht glauben was passiert ist dass ich bei sowas immer nicht aufnehmen aber ist egal erst mal das schiff das hat ja zwei kisten gehabt a 300 jetzt habe ich hier zwei kisten a 600 hier unten das heißt dieses schiff kann 1200 kilo transportieren hammer ich finde das ist ein hammer so ja ich muss den hier ich muss hier noch einen hafen reinsetzen dass das schiff hier vernünftig anlegen kann gucken wir gleich auf das hinkriegen und dann wird das hier gleich gesetzt so keine lust mehr darauf so und dann wie gesagt habe ich noch was anderes jetzt verstehe ich auch warum das heißt das buch der 400 rezepte haben wir gleich oder auch nicht doch ein räucherofen ich kann hier echten räucherofen hinsetzen es ist unfassbar räuchern so den werden wir uns natürlich hier hinsetzen so wo ist vorne wo ist hinten das ist hin den werden wir uns hier hinsetzen das hier oder wo bauen wir ihn hin ähm ähm äh 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 ähm äh den kann ich aber erstmal im äh den setzen wir jetzt erstmal hin räucherofen finde ich geil so jetzt müssen wir mal eben ein bisschen ton machen das ist ja nicht so schlimm platzieren bearbeiten haben wir platzieren bearbeiten jetzt haben wir schon mal ein bisschen ton habe ich noch genug bretter ich finde das geil so das heißt ein platzieren holzbrett sechs stück holzbrett bearbeiten als brett bearbeiten so ich brauche jetzt aber auch noch ich habe einen stamm und einmal drauf und als brett bearbeiten jetzt kriegen wir dich aber fertig oder platzieren bauen jetzt können wir räuchern ich verbrenne doch nicht bretter bin ich besoffen brennstoff kein brennstoff jene 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 ich verbrenne hier keine bretter da könnt ihr hoch und niedrig hopfen das werde ich nicht tun was gibst du mir jetzt noch eine alternative brennstoff brennstoff auswählen kein brennstoff plätze herstellung räucherfisch räucherfleisch filet habe ich aber noch nicht gefunden herstellung haben wir platzieren die lebensmittel so kann ich da drin nur bretter einpacken nein das ist doch blödsinn hier muss doch alle aus dem lager ziehen können ich kann doch hier nicht bretter verjubeln wenn ich bis so dicke habe ich es noch nicht dass ich hier pass mal auf gib mir mal die mit wir gucken aber die rein haben wir ein macht so dann gib mir mal das kohle mit das kohle bin beruhigt so für zwölf stunden haben wir schon mal wir entzünden mal wir räuchern jetzt fleisch habe ich zwölf stunden gut ab für acht holz okay wir räuchern unser erstes fleisch aber auch wow äh gehen wir mal aus der hand wir machen hier einmal sandmail wir haben erst unsere erste räucherware die gibt auch wasser habe ich gesehen das ist auch schön gut stöcker können rein alles klar dann bin ich jetzt erst mal beruhigt Eisenholz haben wir acht also zumindest zähle ich hier gerade acht die gibt mal mit ups das sind aber drei stück ist okay dauert noch ein moment dann ist das ding hier komplett uninteressant geworden so der gibt mir nämlich minus zwei wasser und bei den rezepten gerade beim räuchern wo hast du denn hier das räucherfleisch getrocknet da der gibt mir 15 wasser plus dann räuchere ich doch lieber ist doch viel viel besser und den Fisch kann ich auch räuchern da kann ich angel gehen und schön räuchern so gut den muss ich aber jetzt erst mal fertig ich will nur wissen was baue ich für die verbesserung Holzbretter und zwei habe ich noch dann verbessere ich sie doch da machen wir zwei von ich warte jetzt bis er fertig ist okay dann ist das ding hier wirklich null und nichtig den brauchen wir hier nicht mehr guck mal dann wird das hier so eine kleine Campingaußenterrasse jetzt drehe ich durch jetzt drehe ich durch so dann machen wir uns das jetzt hier auch ein bisschen schöner so kann man hier wissen ja dann können wir den hier zur seite alles klar super so der kann durchlaufen das ist nicht gut und wir sollten mal eben essen 19 fleisch die gehen uns man kaputt in 2,8 tagen ich glaube da kümmern wir uns erst mal drum nicht essen das kannst du essen so dann müssen wir uns da mal eben drum kümmern so Schläfe machen so du müsstest jetzt fertig sein ne jawoll hey ach ist noch nicht mal fertig oder was so mal was gucken entzünden drei minuten noch das nicht gelangt für drei minuten nehmen so wir brauchen jetzt zwei holzbretter äh ich hole mir mal eben eine palme hier weg äh okay fällen die verbessern wir uns natürlich und dann werden wir in Zukunft nur noch räuchern so äh platzieren bearbeiten so wir verbessern verbesserung jetzt mal auf dann weil ich es jetzt ja schon hier fertig habe kann es auch so warum ach so ich lerne es irgendwann noch so platzieren bauen neue baupläne so was würden wir wir können es noch auf drei verbessern kommt wir machen ja einen abwasch das wird immer besser äh nochmal zwei Ton ich hab ja zum Glück so davon brauchen wir nochmal zwei bearbeiten danke dann komm mal her so wir holen uns mal eben hier mal ein paar bäumchen sonst laufe ich jetzt wegen jeden einzelnen baum immer hin und her das werden hier mehr ich kann mir nicht helfen aber es werden mehr das sehe ich doch ich muss mein erstes video angucken ich bin der meinung dass das hier ich muss mein erstes video angucken ich bin der meinung dass das hier ist fähne halt komm her so und fähne so f und ab ich werde immer stärker zwei holzbretter platzieren bearbeiten weil dann können wir nämlich das ganze fleisch räuchern das ist natürlich ja gut einiges wird jetzt kaputt gehen aber die jagen werde ich sowieso immer noch da machen wir hier noch mal ein drittes von jetzt haben wir drei jetzt können wir hier alles hinzufügen jetzt habe ich das andere brett mit reingeschmissen ist egal das ist dann eichenholz entzünden hinzufügen platzieren und hinzufügen platzieren 1,7 tage könnte ich jetzt noch einmal und dann ist es kaputt 99 ja gut das hier hält 500 tage das getrocknete aber für mich nur interessant weil es auch 15 wasser gibt und ja mal ehrlich 90 tage wer ist ich bin keine 90 tage unterwegs das ist ja hammer das bild ist ja noch viel besser das wird hier unsere kleine schillout ecke eine kleine grille ecke wird das hier da könnte man dann daneben die brennerei hinpacken die schnapsweinerei die passt ja geh bewegen räuchern alkohol passt doch ey ich kann da schon riechen so schön geräucherten fisch den muss mir denn oh ja kann ich ja schon angeln und dann fisch hier ey das gefällt mir das gefällt mir richtig gut so du bist jetzt auch schon gewachsen gibt es mir aber kein da haben wir jetzt wieder zwei von denen du kannst weg jetzt wollte ich hier mal gucken wie viel sind da drei entnehmen war dann müssen wir mal eben kurz den dünger nehmen nee war das hier düngen müssen wir flachs zack bestätigen die dinger der muss weg der muss weg der auch dafür mache ich ein extra beet nur mit diesen dingern da hat man mal seine kleinen stöckchen die krieg geben ja stöckchen ne ja geben die wirklich zehn stück tatsächlich das ist okay so oh drei reißig dann wollen wir mal weil wir müssen ja noch was herstellen ne so das konnten wir nur eins machen wo ist das andere ich weiß dass ich noch eins hatte ist das hier drin ja jetzt haben wir zwei das packe ich ja auch noch mit rein und das nächste mal werden wir haben dann können wir wieder zwei machen weil ich brauche glaube sechs oder sieben stück für das ganze wie viele punkte haben wir jetzt eigentlich bekommen einen immer noch tagebuch das sind die zwei bücher die ich gelesen habe wahrscheinlich nicht einmal das hier ok ahja das hier gut die drei schlüssel weiß ich immer noch nicht aber gut dass wir sie gefunden haben herstellung das haben wir das haben wir hergestellt ok das waren die beiden räucheröfen jetzt 1 2 3 ja das ist alles soweit ok der charakter ist klar haben wir noch einen punkt kochen kochen das haben wir jetzt also auch komplett voll segeln ist komplett voll erhöht die kapazität von schiffsbehältern um 100 prozent finde ich hammer das finde ich echt hammer so dann fehlt noch ein bisschen was dann gehen wir mal heuer schlafi machen zack so was sagt denn unser nehmen können wir auch gleich wieder platzieren nehmen platzieren nehmen platzieren läuft achso drauf gehen feuer 17 stunden du brauchst 11 stunden das ist ok so 13 1,4 tage achso ok ich verstehe ja komm dann packen wir hier auch nochmal fleisch rein halten wir den schaden jetzt so gering wie möglich platzieren platzieren und platzieren platzieren so äh das gering hier rein so das finde ich geil mit dem räuchern finde ich jetzt schon wieder geil so äh das haben wir jetzt alles ne ja die beiden dings habe ich eingepackt da muss ich glaube ich noch zwei bretter mitnehmen wenn ich mich nicht irre äh warum bin ich hierhin gelaufen weil ich da mal reingucken wollte alles klar da so das okay so die können wir uns da oben schon hinstellen sehen ja nicht schlecht aus so die füllen sich dort auch ja mit wasser so machen wir nochmal das g alles klar wir haben hier eine schöne shill out ecke shill out ja so und fly noch einen dritten hier in stelle ja könnte man mal ahhh da fällt mir gerade was ein herstellen herstellen t nein t j u da war's gut ich wollte doch hier so ein ding machen so ein wasserbälder noch für mich äh die muss das sein 1 2 platzieren bearbeiten haben wir hier haben wir auch nochmal irgendwie sowas ne 6 7 platzieren bearbeiten Leder hinzufügen platzieren hinzufügen platzieren hinzufügen platzieren so dann kann das auch gemacht werden dann ok ok fisch geil ähm nadel danke so dann weiß ich gar nicht wo wir dies machen müssen ach wird er mir gleich sagen herstellung herstellung j oh so da tätjes flasche das haben wir das habe ich 39 minuten herstellen das ist das nicht ist das nicht nein komm her ich fange dich sonst an zu suchen und das will ich nicht so 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 jetzt haben wir zwei die wir uns hier befüllen können 40 40 das sind nochmal 80 wasser die ich befüllen kann was natürlich sehr schön ist so so wie viel Zeit haben wir da noch ach siehste ich will auch noch was trinken äh hier die gehen ja auch gleich kaputt essen essen super hat funktioniert komm schon wieder über 70 Wasser befüllt sich das ist auch super so von den ne ein brettchen so das brauchen wir einmal platzieren bearbeiten so und einmal das benötigen wir ich habe ja gesagt ich will jetzt hier was für mein schiff tun jetzt gucken wir mal ob das funktioniert oder ob der hier gleich rumzickt ähh ähh achso so kann ich es auch machen ne so kann ich es auch machen so kann ich es auch machen so hier war das nicht das war hier drüber da drüber ich glaube ja so war das äh ach ja man hat es nicht einfach im leben da klastieren klastieren hey hey so dann machen wir mal das das spiel ich hier mal an das will ich jetzt weg haben ok mal gucken ob ich noch ein Stück rein kann ich ich setze nur zur hälfte an ich möchte aber dass du hier glaube ich hat es schon mal probiert ne ja ich sehe aber auch nichts das ist ganz böse gerade cheige nee so amen ja ok da es dein Das ist nicht gerade, wenn dann würde ich es richtig haben. Noch ein Stück weiter nach hinten. So, wir machen es nochmal. Darf ich mal eben was prüfen? Was wollte ich denn jetzt prüfen? Ich wollte das prüfen. Pass mal auf, ey, das machst du nicht. So, dann gib mal den nochmal ihm her. Äh, da drauf. Pass mal auf, ich setze ihn jetzt da hin. So. Ich bin schon wieder am bauen, das ist unfassbar. Ja, gut. Das ist eben halt so. Platziere. Okay. So, und jetzt gucken wir mal, ob der da rangeht. Das wäre jetzt natürlich das Optimum. Gustav, bewegen. Gut. Weißt du, dass du mich gerade aufregst, Wagen? So. Ja, ich glaube, das ist jetzt die optimale Lösung. Gut. Erstmal wieder Schläfi machen. Guck mal, schon wieder dunkel. Nehmen. 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 Ah, ich habe nur Überlebenspunkte erhalten. Hinzufügen. So. Dann gib mir mal eben. Alles nehmen. Das prügeln wir hier mal eben rein. Feuer. Schlafen gehen. Halt! Nicht schlafen gehen, Gottes Willen. Nehmen. So. Der wird doch nicht umsonst hier hingestellt. Super. Endlich. So, das läuft. Ja. Finde ich geil. Die Räucherei finde ich geil. So, dann. Platzieren. Bauen. Platzieren. Platzieren. So. Und jetzt müsstest du andocken dürfen. Ich hoffe. Wieso nicht genug Platz? Kann mir das mal einer erklären? Wieso sagt er mir nicht genug Platz? Ich verstehe es nicht. So. Theoretisch müsstest du jetzt hier andocken können. Bei den anderen ging es doch auch. Ja. Du kriegst nur Schaden. Ohne Ende Schaden. Weil dieses Scheiß-Ding hier nicht funktioniert. Weil dieses Scheiß-Ding hier nicht funktioniert. Nein. Geh runter. Was ist dein Problem? Ich weiß es nicht. Und ich wüsste, was er hier für ein Scheiß-Problem hat. Nicht genug Platz. Ich sehe hier mehr als genug Platz. Ich sehe hier mehr als genug Platz. Ich sehe hier mehr als genug Platz. So. Ich geh da jetzt mal ran. Okay. So. Und wo ist das Problem jetzt bei dir gewesen? Das verstehe ich nicht. Muss ich auch nicht verstehen, ne? Ach. Jetzt passt du nicht ran, oder was? Ey. Du machst mich ja auch hier verrückt hier, Leute. Du machst mich so irre. Okay. Okay, Leute. Erstmal ist für heute Feierabend. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen rumtüfteln. Bis ich das jetzt so hinkriege, wie ich das will. Da werde ich jetzt kein Video drüber mehr machen. Siehste, nicht mal das hier funktioniert mehr. So. Ich würde sagen, wir haben heute hier einen schönen Brennofen. Oder Räucherofen. So. Wir haben dann hier alles schön fertig gemacht, soweit. Den Hafen werden wir auch noch irgendwann. Aber den tüfte ich gleich alleine rum. So. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal einen schönen Abend. Einen schönen Morgen. Danke fürs Schauen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.